Zehntausende Menschen haben in der serbischen Hauptstadt Belgrad ihre Unterstützung für Präsident Vucic demonstriert. Die Großkundgebung war von der Regierungspartei organisiert worden. Busse aus ganz Serbien, aber auch aus Nachbarländern mit serbischer Bevölkerung brachten die Teilnehmer in die Hauptstadt. Die Demonstration fand im Zentrum Belgrads statt. Zeitgleich demonstrierte an anderer Stelle die Opposition mit zehntausenden Menschen gegen die Regierung. Sie wirft Vucic unter anderem vor, das Land zu spalten und mit seiner Politik an zwei Amokläufen mit 18 Toten in diesem Monat mit Schuld zu sein. Die Opposition warf Vucic auch vor, für seine Demonstration Druck auf Staatsbedienstete ausgeübt zu haben, teilzunehmen. Die Regierung wies dies zurück.